Willkommen hier auf der Eurobike bei Conway am Stand. Neben mir seht ihr unsere neuen Gravel-Räder, die Alu-Version. Wir starten jetzt sogar ein bisschen tiefer beim Gravel 3. Das ist unser Einstiegsrad bei 1249 Euro. Wir haben die ganze Modellpalette ein bisschen aufgeblasen, weil super viel Nachfrage da war und haben wirklich was Schönes auf die Beine gestellt. Die Alu-Räder jetzt mit neuen Hacktaschenaufnahmen überall am Rahmen und an der Gabel. Ideal geeignet für Ausflüge am Wochenende, für Mikro-Abenteuer und auch die voll ausgestatteten Gravel-Räder für Pendler haben wir jetzt auch noch ein paar mehr Modelle im Angebot. Oben raus die Carbon-Räder seht ihr bestimmt in den nächsten Tagen auch oder in Wochen. Da wurde der Rahmen komplett überarbeitet. Könnt ihr euch darauf freuen. Wird ziemlich cool.